Herzlichen Glückwunsch der mehrfache Weltmeister und Olympian aus Kalifornien, Bertil Fox! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es kommt zu Ihnen jetzt, der Mythos, er wird es immer bleiben und wir lieben den Mythos. Es kommt zu Ihnen, der Mythos, er wird es immer bleiben. Bis zum nächsten Mal. 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 Dankeschön, bitte hinter der Bühne zur Siegerehrung bereithalten. Er kommt aus Brünnchen. Peter Hänsel. Das ist er für das Pusek-Sportcenter München. Peter Hänsel. Das ist er für das Pusek-Sportcenter München. Bei der 26. Deutschen Bodybuilding-Meisterschaft hier im Deutschen Museum in München. Peter Hänsel. Gratulation von uns allen. Und eine kleine Bitte noch. Der Deutsche Meister soll uns noch einmal seine Kür zeigen. Das ist er für das Pusek-Sportcenter München. Das ist er für das Pusek-Sportzug. Peter Hensel, deutscher Meister, 1985. We'll be right back. 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 Danke, Renate Holland, Rudi Sawatzky und Peter Hensel. Aber deshalb werden wir die anderen zwei, die Oldtimer, die die richtige Einstellung zum Sport immer noch haben, mit einem Riesenapplaus begrüßen, die zwei Muskelphänomene im Bodybuilding, Albert Beckles und Sergio Oliver. Albert Beckles and Sergio Oliver. We'll be right back. 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 We'll be right back.